Hallo, hallo, hallo. So. Die Sphinx-Quest haben wir durch und wie im TikTok gesagt, wollte ich hier Quests machen, aber erstmal hier oben eine Quest und zwar die Phantom-Ochsen-Karren-Quest. Und mal gucken, was das Ganze ist. Und jetzt müssen wir erstmal zurück nach Kontrollpunkt Ruhe-Stadt. Und dort wollen wir zurückleisen, äh, zurückleisen, zurückreisen nach... Hä? Noch wären was? So. So. So long as I'm here to heal you. So, okay. Und wir müssen die Klasse wieder ändern. Und wir müssen die Klasse wiederholfen. Und wir müssen die Klasse wiederholfen. Okay, laufen wir einfach weg. Ah, falsche Richtung. So, wir laufen weg. Hey, hey. So. So. Oh. Okay. Oh. Ich wundere mich gerade, warum das hier so kalt wird. Nehmt man die Heizung eingestellt? Eingeschaltet, oder nicht? Lager bei Walden. Einlagern. Least. Least. You'll find a bit of a pleasure doing business with... So. in die Laufbahn wechseln. Zum Krieger, damit wir Stufe 9 hier bekommen. Und dann wollte ich den Äh... Erzmagier machen. Und irgendeine Ausrüstung. Die Laufbahn Das war's. Leisure doing business with so Okay, Schlafwert Den brauche ich Okay, und den So, und hier Okay, Bogen, Bogen So, und hier Okay, so Ja, das passt Oh, und eben Einladen, kluge noch Nice Aber wir können hier eben mal Noch eine Runde pennen Reckon your trade towns Can make you right sick of crowds But here, at least You shan't hear me complain About an early repose So, let's go So, let's go Jetzt wollte ich noch zwei Sachen. So, und jetzt holen wir uns zwei neue Vasallen und da gucken wir mal, dass die suchen. So, wir brauchen Magier und Diebe. So. 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 Ok Oh, okay. Du kannst auf mich fliehen, in deinem Zeitpunkt, Master. Wo sollen wir jetzt gehen? Ich werde dich stolz aufzunehmen, Arisn. Restoration und Reinforcement sind die Kurve. Wenn du musst, in Elvish Prä... Es ist ein Glück, dich zu treffen. Ich wünsche mir, dass meine Erwärmung aufzunehmen wird. All told, ich bin eher glücklich mit mir. Wenn du eine Sprache brauchst, hast du eine Sprache zu hören. Du hast aber zu fragen. I shall be proud to serve you Arisen The presence of a single mage can I know precisely when a curative is needed Mar Restoration and reinforcement are the purview I pray my efforts aid your cause I hope my magic served you well It will be an honor to serve by your side Okay, so und jetzt brauche ich noch einen Dieb Very well, I shall lend you my aid Should your pack grow over full, have I know of nothing that demands your immediate notice I have a modest talent for spotting materials that can I shall be proud to serve you Arisen Very well, I shall lend you my aid You are wise indeed to have sought my aid My talents lie in combining material I happen to understand Elvish, Master Are you certain you're happy to have me along? Tis a pity we must part after sharing I hope I can count on you in a script Okay Okay Kann ich das eigentlich im Status sehen? It's cloaked to it This oxcart will need to see some coin before I let you Oxcarts make for relatively safer travel They can be most convenient Though they only travel during the day Freshly rested as we are This battle ought to be in our favor Try not to get hit Unless all that room goes to waste Ist hier noch irgendwo einer? Is hier noch irgendwo einer? I don't know It's what I do This oxcart So You're here Time to move to stir up shop team This oxcart I don't know I can do it No sense letting the enemy gain the upper hand Die fröhliche Gryffin bekommt das Worm, wie sie sagen. Ich werde dich schützen. Ich wusste, dass du das Worm hast. Ich will sagen, dass du den Verlangen hast, der wir uns verletzt hast. Das war ein Resultat. Das war toll. Ich wusste nicht, dass ich so sein kann. Wieso ist hier ein Drache? 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 Okay. 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 unterwegs und kann dann mal hier gucken. Okay. Dein Hintergrund. An oxcart traveling a night is suspicious enough in its own right if to a known that I'm carrying... I know. And I'll take care of it. I swear it. Contact me. A forgotten riftstone we've not discovered like... Who are you? Come to... Hold, I beg you. I was approached by a Batali merchant I met at the border checkpoint. He offered me a qu... I... I know. Irin, but you have to understand. My gambling debts were like to... I know not where they've been taken here. Take this. It is a document. If word of this should reach the palace. I'd no doubt be disab... I'll give you all the gold I got today. So I swear I'll never do all like this again. Nee, Spielsucht muss. Oh, I suppose it was too much to hope. Many thanks. We'll take it from here, sir. Worry not. He'll receive his juice soon enough. Okay, good. Okay, was müssen wir jetzt machen? Und welchen Palast? Gucken wir mal in der Traverne nach Brand. So this is where you were, Master. I searched high and low for you. Our party is reunited. Surely we can ask for no more than that. You have my fullest confidence. Yes, your majesty. Ah, so you've encountered the Phantom Oxcart from the rumors. To be precise, the letter of the Lord. However, in our sovereign rule kingdom, crude treatment of the pawns who... If one were to sell them for personal gain, they would doubtless be... And this letter, biased make and the quality of the parchment. I can only surmise we ought to assume a member of the court as a hand-in. But for what purpose are these pawns being gathered? I have a proposal. Should we ascertain the pawns' destination? Perchance, we... Yet if we question the driver haphazardly, this mission will be... I bid your majesty follow the Oxcart without arousing suspicion. Alternatively, mayhap your majesty could assume the guise of a pawn and a weight pickup in a... I leave the choice, to your majesty's disposal. Okay. Wie kann man sich denn als Vasile verkleiden? This ladder can take us to new heights. Have you business with the guild, sir? Have you found any of the items we... Disgusting, per charles. Always a pleasure. Oh, irgendwas ist bei meinem Haus. Ah, hi. Ich habe einen zu meinem Leben gemacht. Wisst ihr, seit ich euch traf, habe ich nicht unzähligen Mutproben gestanden. Viel mehr mich in der Welt gelernt. Also da werde ich ihn kürzen sein, also. Was ist das, was ich? Was ist das? Du hast meine Gratitudine. Ist doch... Ist doch... Ist doch... Pläts wie diese, dependen auf meine Vengeme. Ah... 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 you would gather materials ah ich will mal gucken ob das ausreicht such a magnificent okay 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 uh oh oh okay 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 so nochmal bis abends pennen jetzt nochmal gucken okay 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 what's this suppose it's all the same okay 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 good to see you master okay 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 that says a lot in oh yep okay 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 oh yeah nope uh yeah Was ein Arsch. Sie wissen, wie lange Sie werden? Ich versuche nur, dass ich die stärkste Ausstattung benutze, um meine Kraft zu erzeugen. Das ist nicht unser Platz. Halt! Wir sind inspektiert Ihr Cargo. Open up! Ich höre, sie folgen, was sie geben, was sie geben. Ja, und sie werden auch keine Schmerzen nehmen. Wir sehen uns selbst. Entschuldigung, meine Hand ist sicher. Wie ist das so? Bilt eher tief, eh? Sie gehen, um zurück zu kämpfen? Sie vielleicht nicht sterben. Aber sie sehen, wie sie wissen. Ha! Sie haben einfach nur gewonnen. Das ist eine Boll. Das ist es. Enough! Das ist ein Wettbewerb, das du mit mit deinem Wettbewerb verwendet hast. Hast du die Cargo vorbereitet, die wir mit ihnen verwendet haben? Nein. Also, wir gehen. Wir sind weg. Alter. Guck mal, da bin ich. Okay. Wow. Wow. So. Oh Gott. Alter. Wieso kämpfen die nicht? Alter. Alter. Hier. Strike with lightning on your side. I will protect you. I will protect you. I will protect you. That's enough. There. That's enough. I will protect you. Okay. Okay. Oh. It's difficult to forget all that occurred at the coronation. There will be a reckoning for this. I shall not suffer others to mimic our master's powers. Okay. So. An oxcart ought to make our journey easier. One hopes these carts offer comfort commensurate to their costs. This oxcart can't let you on till you've paid. I've got you and fleeting you all time. Ye should let my magic complete your weapon with the fury of the elements. I shan't let them bomb you. No, no, no. Let's go. We... Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Na komm. Hey, Kaira ist aufgestiegen. Hey, ich möchte mit. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich bin zu langsam. Ich schätze nicht, dass ihr mir eingefallen ist. Ich bin zu langsam. 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 Wir schnauern. Es gibt keine dietrag- Ja. Es ist eine Überfalle. Genau. Warnung, kuz, this cra- Er spricht madness. Subtumat once, ere he injures our noble ch- Why, if tisn't Sir Ragnall from the tavern? You would betray me. You believe me then? That's a bit of a relief, actually. I'll grab hold of the enemy so that you might- Phew. I appreciate the confidence, kuz, but I can't linger here, I'm afraid. Follow after me, if you can. Succeed, and else- I shall- I grant you lightning's fangs. Now- Chopper's master! This mode will recoil from flames! I shan't allow any further harm to come to you. Guard all your wut. Don't make a difference when I've cracked, would you? See? That's the spirit! Don't you'd like to take care of the remainder? Splendid. That was outstanding! If I do say so myself. Once more! What's up? It's always daunting to venture into the unknown. Keeps stout of heart and clear of mind. Master! Master, can you hear me? Are you unharmed? Pray, seek an exit. We meet again. You seem to have fared better than I did. I took the fall for Augustine. Only still. So long as he escaped. I'm speaking of. I was to tell you the truth. I'll be glad to oblige you, of course. But we ought to- Okay. Time to get to work. Not bad. From what I've seen of your skills. During that mess in the tavern and today- And my word ought to carry a fair bit of weight. Considering my- Turns out, as a sellsword proves himself, the list of those who can afford his services grows shorter and comes to be written in finer ink. Makes for a duller life. Though I can't say I've any complaints. Still, I hunger for a real battlefield. Where a single misstep spells. I'd not say no to a fight with you. Let's have at it when I'm all healed up, eh? Mayhap. I'll not give you a choice in the matter. I'm not sure what's brought me here. I suppose I'll have a few drinks and hit the hay. That escort mission was a trap concocted entirely for your benefit, you know. To a supposed to give those- But Augustine is no fool. He had his doubts about his summons to vermin. So I looked into the cart that would be escorting him. And lo and behold, I found your name. But it wasn't on- Rather, your name was on the list of persons to be on guard for. In short, you had been called in to act the part of the culprit. Mark my words. If you'd carried on with them, Augustine would have- You'd not have stood a chance against all that- Aye. Me thinks I've earned my pay this time. And then some. I protected my- Now all that remains is to escape this place. I expect- Still, I've got to wonder where this Craven plot came from. And what you did to warrant it. One thing's for certain. You must have- But why? It's not as though you're the- What? Ha. It's a small world. I've no business here. Right, let's press on. Judging from the flow of air here, the exit can't be far. Dann können wir jetzt zurück. Well, this is a right-awful place to be cut short. At least you made it out all right. After all, I can't afford to die here. We haven't had ourselves a real- We'll see each other again. You can count on that. And when we do- We are reunited at last, Master. I do hope you- You've encountered no trouble in the cave. That's that then. Yeah. Ja, und dann können wir jetzt wieder nach Werm... 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 Wernwas? So. So... Ah, jetzt wieder lange laufen, weil ich keine Reisesteine habe. Oder habe ich welche? Nö. So... Oh, okay. Laufen, 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 laufen. Rache. One of us is being threatened. Oh, okay. 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 Ja, komm. Das machen wir irgendwann anders. Was? Okay. 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 Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. 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 So, So. Und nach wie vor zurücklaufen. Ja, kein Problem, Petro. Ja, kein Problem. 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 So, dann wollen wir mal ein bisschen nachts schlafen. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. Ja, kein Problem. So, dann schlafen wir doch mal bis tagsüber. So, Aufträge. So, Aufträge. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, ich plan, ja, 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 ja. Oh, ja, 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 ja. Oh. Oh. Falsch gelaufen. Hier wollten wir hin. Falsch gelaufen. Okay. Ah. Oh, oh. Oh? Okay. ein reisestein lol okay also wenn man aus versehen runter fällt wird man auch belohnt ich lachen für mich Apologies master but you will have to do without us for the time being my apologies sir but as you my apologies sir but as there's no shame in you living life for its pleasures fine place to collect I'll go on an adventure of my own I'll climb wearing on I'd better I'll go on an adventure of my own I'll go on an adventure of my own perhaps his here right take yourself elsewhere our services are Sie sind nur für Mitglieder der Mitglieder dieses Verhältnisses. Bereichen wir doch mal mit Sven? Glaube ich. Ups. 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 Ja, ich hoffe, dass ich mich sehr gut sehen bin. Ich habe sich gefragt, wie credit du etwas comics ist. Eh... Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, he keeps next Ja, ich verschwinde auch schon Was? Oh, okay Okay Stay with me, Arisen Wait right there Greetings Perfect spot for a kit Sir Ludolf's lust knows no bounds This time it's still However pressed No man is like to hand her his own wife Eh? But his lordship doesn't take He employed his usual method Which is to say He dispatched Poor old Gregor departed last night And I'm sorry to say it But he shot That's the sort of man that noble is You see That tyrannical Sir Ludolf Think he can do whatever he likes Is this a mission No 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 Ja, dann reißen wir mal wieder. So, reißen wir doch mal wieder zum Kontrollpunkt Ruhestadt. So, reißen wir doch mal wieder. 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 Ich habe eine gute Gefühle über diese Sache. Ich habe keine Informationen zu diesem Job. Ich habe einen Paar, besser zu verabschieden, von solchen Punkten. Ja, ich geh mal durch. 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 Oh, oh. Wow. Wow. Oh. Oh, 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 oh. 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 Ich habe das auch gesagt, dass sie ihre Majestät mit all ihren Hörn und sie als Familie verraten. Die Bermann haben keine Liebe für ihre Queen-Regent. Doch natürlich haben sie ihre Gründe. Ich schaue mich, wenn du würdest. 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 Ich schaue mich. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Ich schaue mich, wenn du würdest. Ich schaue mich, wenn du würdest. Ich schaue mich. Ich schaue mich, wenn du würdest. Ich schaue mich. Ich schaue mich. Ich schaue mich, wenn du würdest. Ich schaue mich, wenn du würdest. Ich schaue mich, wenn du würdest. Ich schaue mich. Ich schaue mich, wenn du würdest. Fragments. Bring them to me, won't you? It is possible, larger Shards may have been mistaken for jewels and carried off by... Mayhap one such as the Oracle or the Dragonforged would be able to... Okay. So, ich wollte mal eben gucken, wo ich... Waffen... ... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja... Okay... Hier lang... Okay, hier ist falsch... Hier muss das richtig sein... Flavius Altar... Ja, hat er... Oh, nein, er hat er, nicht wahr? Entschuldigung... Ich habe nicht ein Wink, ich versuche es... Ich glaube, dass ich wieder einmal oder zweit bin... Aber... Es ist nicht so, dass ich mich überrascht habe... Ich habe einfach nicht gewusst... Keine guten Ideen... Während ich sehr glücklich, dass der alte Mann hat mein Talent genutzt, um mich zu verabschieden... Das macht alles ziemlich schwierig... Sag... Wollt ihr mich auf einen Griffith? Es wäre gut wert... Ich habe nicht mehr Probleme... Ich habe auch gehört, dass ein Griffith in einem Griffith... Aber... Du musst, wenn du das Spiel ausführen musst, wenn ich meine Schicksale... Natürlich... Ich kann mich so lange, wie ich mich liebeste... wenn du den Geist betrachtest... Ja... Ein Geist, der sich in den Platz... Es ist gesagt, dass ein Fähnter von Eald... Oh... 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 Okay... So... Dann sollten wir einen Medusa-Kopf holen... Hm... So... Ich habe in einem Video gesehen... Man sollte... Bevor man nach da unten geht... Äh... Was Bestimmtes holen... Und zwar... Irgendwie... Wow... Hohenschnaps oder so... Den man... Hier in... Bagbadal kriegen kann... So... Als ich schon war... Oh... Ich habe was nicht... Wa halbiert... Du kannst deine Dinge nicht ausführen... Gehen wir mal hier hin... Oh! Riding in an oxcart would be a welcome reprieve. One hopes these carts offer comfort commensurate to their costs. Heee. Oh, I think we're going to have to be right now. But now I'm to hit the sack. Interested in my wares? Sweet. Your mind is just another opportunity to inform. Looking for all the inputs in action. Okay. Vielleicht ist das die... Bar unten. Hm? Good to see you. This is clearly designed to carry us somewhere. It could prove useful. I can foresee no reason not to make use of this. Say, have you heard? They finally caught the fiend by... Right? They caught someone. But where Captain Benjamin's all bent as hell is. He's still interrogating the lad. Trying to get all he can out of it. Well, here's hoping it puts those snakes to rout. Oops. Oh, huh. Oh, huh. Well met, sir. Well met, sir. Well met, sir. Material, eh? Well met, sir. Well met, sir. Well met, sir. Ah. Da oben muss ich hin. I'm interested in five by... Oh, glad to sail, Kyle. I'm sure you know you're a new wrench, sir. I'm sure you know you're a wrencher than our new much sails, I'm sure you're just a rower, isn't it? I've not blinked once in the last hour. Let me do the testorter into North Sydney, you want to know. I'm good to request this, sir. Well met. I have a dozen matters to see today. So, man soll das dann hier reinlegen. Dankeschön. So, Gegenstände. So, man soll das hier reinlegen. So, dann wollen wir mal auf die Vulkaninsel reisen. So, man soll das hier reinlegen. 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 Okay. Okay. So, man soll das hier reinlegen. So, man soll das hier reinlegen. So, man soll das hier reinlegen. So, man soll das hierinlegen. So, man soll das hier drinlegen. So, man soll das hier reinlegen. ähm ich bin ja schon ein wenig länger auf ups bisschen länger auf der Welt ich will nicht sagen, dass ich so ein bisschen viel The Witcher gespielt habe, aber und ich glaube es Skyrim ist auch nicht viel besser ähm und ich glaube genauso schlimm ist Fallout Fallout geht sogar noch 430 Fallout 3 ja jetzt kommt's oh bist ähm oh Gott wie komme ich jetzt hier wieder raus ah 430 in Fallout 4 Witcher Witcher hier habe ich 431 aber ganz schlimm ist Skyrim da habe ich 623 Gott Bildschirmlupe ist ja schlimm ah du schaust über das Handy ok ja aber ich ich liebe RPGs und damit kann man so viel machen und ja 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 Hey. Hey, ich hab Wenn ein Spiel rauskommt, was ich unbedingt zocken will, worauf ich gehypt bin, dann nehme ich mir dafür meistens zwei Wochen Urlaub. Also das ist bei mir dann ganz normal, aber Skyrim und Witcher 3 und Fallout sind so Spiele bei mir gewesen, die habe ich alle paar Jahre mal wieder durchgespielt. Also die, ich glaube, Fallout und Skyrim habe ich vier, fünf Mal durchgespielt. Und das gleiche mit Witcher auch. Also da habe ich mehrere New Play and New Game Plus gemacht. Nach immer so ein, zwei Jahren. Und Frührentner sein wäre natürlich als Gamer auch ziemlich nice, aber nee, ich gehe ganz normal arbeiten. Irgendwie muss der Gaming-Konsum ja auch finanziert werden. Ich glaube, ich habe mittlerweile über 600 Spiele oder so. Also ich hatte rein zufällig jetzt Urlaub. Das war noch nicht mehr geplant. Aber ja, bis jetzt hat es sich sehr gelohnt. Ja, bis jetzt. Ja, bis jetzt. Ja, bis jetzt. Ja, bis jetzt. Ah. Okay. Das da oben ist Nadine. Laufen hier irgendwelche Leute rum, die suspicious sind? Das da oben ist. Okay, cool War bei mir nicht so, sondern ich hab mich auf meinen Urlaub gefreut Und dann hatte ich die Trailer zu Dragon's Dogma gesehen Und dann Nice, das passt ja perfekt Aber das ist echt cool, hast du schon Urlaub? Okay, cool Okay Und das hier meine ich zwischendurch mit den Missionen Du weißt nicht, was du tun sollst Ich muss nicht bespoken Must have time This place is too comfortable Okay, das teste ich gleich mal Oh Gott Hast du Ah, okay, danke Dann werde ich das gleich einmal testen Zu den Suchermedaillons Hast du die Oh, wie heißt sie gleich noch? Die Vocation Illusionist schon Weil der hat eine Fähigkeit Eine Kernfähigkeit Um sowas anzeigen zu lassen Ja, das wollte ich nämlich Ähm Auch noch machen Okay, also wuhh Du bist dein Woh Nein. Oh Gott. Ja. Also das... Meine Idee war, ähm... Ha, wie heißt das gleich noch? Äh... Moment. Denkblockade. Also, ich hab gestern zu viele Videos geguckt und jetzt bin ich, ähm... Wie sagt man... Ich hab einen Plan aufgesetzt. Und zwar den Waffenmeister will ich mir angucken. Und... Der ist... Da hab ich, äh, ein Video gesehen. Das ist einfach gestört, was der machen kann. Also, man sollte auf jeden Fall vorher den magischen, äh, Bogenschützen machen. Und, äh, den Erzmagier. Weil da gibt es irgendwie eine Kombination, die schallert alles weg. Ich hab ihn mitgebracht. Okay. Die Irrmeld. Sir, Armhild, tis my pleasure to present to you the good Arisen. Come to aid us in apprehending the Brigand who would threaten Her Majesty's life. Well met. Your assistance is most welcome. Indeed. We are well glad of your aid. May it prove unnecessary. Ere her Majesty's supplications beginn, I shall give you a description of our target. Pray, seize the rogue should you aspire. And you would, however, prefer that this affair be kept quiet. Be not reckless in your decision, lest you apprehend the innocent. Also, da kann ich dann auch nicht mehr denken. Aber ja, einige Sachen sind echt geil umgesetzt worden, andere irgendwie weniger. Und wer ist der Atemtichter? Hey. I must not be spoken to. Seize the rogue the moment you espy him. We ask that all be spared the horrors of the fell dragon. We ask that Batal may e'er prosper. And we ask that a day may come when Beastran, human, Pawn and every other noble race that walks our world may live in harmony with one another. Hmm? Sir Arisen. Her Majesty's supplications have you located the rogue? Huh? Huh? Good day to you. May thine hallowed fire burn, we swear fealty unto thee, originator of warmth, prosperity, and shelter. And ask nought but thy blessing in return for... Was ist das? Die Frau ist ja so schwer. Was ist denn das rote hat nicht gekommen? Ich bin wieder. Ich bin noch nicht. Ich bin noch nicht. Hä? Ja, in Dragon Age waren die richtig Nice, da hast du recht Tja, aber das ist ja normal Sobald du irgendwas lobst oder beschreibst Dann Hmm Ich weiß noch nicht mal wie Ich weiß noch nicht mal wie Probieren wir das nochmal No Vielleicht hätte ich den Haftbefehl mal durchlesen müssen Sein rechter Arm ist verletzt Zurückgebunden und rechter Arm verletzt The current Empress may be young Her Majesty is wise too And deeply compassion Horns are hated as bringers of calamity Frank Yet Her Majesty amended the law that punishes the use of slavery Her tolerance and grace We ask that all be spared the horrors of the fell dragon We ask that Batal may air prosper And we ask that a day may come When Beestrum When Beestrum, Human, Horn And every other noble race that walks our world May live in harmony with one another Und wie nehme ich den fest? May thine hallowed fire burn through us And cleanse our souls of all that is base and wicked We swear fealty unto thee Originator of warmth, prosperity and shelter And ask naught but thy blessing in return for her devotion Her Majesty's supplication could it be that the rogue has not come? Who are you supposed to be? Fine Are they onto me? Thank you Ha 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 Ah shi- Apprehend him at once Nicely done, Sir Arisen Let us- Oh, Your Majesty Full glad am I to see you unha- The brigand has been captured The chaos of the past few days We owe this outcome to you, Sir Arisen Ah, yes, of course Batal is in your debt The same is true of you, Sir Manella You're a- Now that a measure of peace is returned to us Howe'er You may The curative hot springs on volcanic islands Very well, my lady I shall leave presently Grateful are we for your most valiant efforts, Sir Arisen Nice Ja Erfolgreich gewesen Ha 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 So So So, anscheinend müssen wir jetzt außen rumlaufen Good thing I'm here really I know Ups Ups Ups, Ups Wp Ups Also Eeh Ups Hu 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 Oh, hi. Okay, also nehmen wir den Weg hier. Panetchenfell. Oh. 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 Haha. Haha. Oh. 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 You would gather materials here, master. Can we really afford to carry more? Oh, 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 oh. All right. Hey. Das macht immer wieder Spaß. Oh. Wir könnten hier eben... Oh. 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 Dann muss ich landen. Das war's. Oh! Oh! Let's chill. I'll get that for you. Ok. Oh! I'll get that for you. I'll get that for you. Oh! Was ist die Hölle? Was bist du? Was bist du? Was ist die Hölle? Was ist die Hölle? Was ist die Hölle? Das war's für heute. Sinister Reichszahn Okay It would seem we need not always travel by foot. If novel inventions such as this are to be found I can foresee no reason not to make use of this Oh Who 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 The Yo Ah Duh Let my magic and view your weapon with the fury of the elements I knew it Hey 42 Go 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 Over here Avoids playing with any cost to ruin You could've been down to the hill Was ist hier? Okay So In traversing other worlds, I came to know of a treasure chest in this area. The chance of getting to see it. Oi! Wait! Stop! My curative magics are at your disposal. Wait right there. I'd sooner not battle those between we have no quarrel. Yet if they mean us harm, we can but defend ourselves. She does, she says. Hehehe. Hehehe. Here, strike with lightning on your side. Hehehe. Hehehe. Of course. Yeah, just did he. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 So, dann können wir erfolgreich Rache nehmen Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sober You would gather materials here, Master Can we really afford to carry more? Oh Okay Dare I say it, we trounced our phone, well and true No doubt this triumph will spur us into the next Ooh I can't No sense letting the enemy gain the upper hand The early gripping gets a worm, as they say Nought's like a curative to fill one with I'll grab hold of the enemy so that you might strike true Not a bad idea Go on Go on We've naught to gain by fighting here Best we push on Stop running Ah, a material Useful things these Nice Nice Oh yeah Troll Zyklopo Try to keep up 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 The whole of the enemy Well said This is just what we do Ops. So much of an adventure if all we do is make happy. It is enough to make our only one to enjoy this. Oh, God. Now there's a bow. I'd have a spell if I may. It is one of the targets marked by my own mind. Care to assist? Do not call, guys. We will take every ounce of our strength. But we can prevail. No call here. Do not make this chance. Press home our advantage. But fast, it's true, and our quarry shall fall. No call. Let my magic heal your weapon with the fury of the enemy. No. No! No! Hehehe, nice. So, haben wir die Quests auch abgeschlossen? Hmm. Okay, best we recuperate our strength before we set off again. Oh. Oi! You're better off turning back. Tis a maze. With monsters round every wretched corner. Crying shame tis. Fuse the merchant who can cross yon brick. This gloom has an eerie cast. This is an obstacle I'd sooner be rid of. Watch out the battle, master! Why do you look most effective against this foe? Most impressive, master. I dare say, you've risen to the defeat of this lot without us. A resounding success. I will protect you. Ha! Oh, so Pfluggerissen. Nice. Ah! To the quick! Watch your footing, Master. Losing your balance on an incline this shot could be perilous. I'll give you the lightnings, Fangs. You truly are formidable, Arisen! Dankeschön. I'm attentive and loyal, and prefer to remain... close your. Second one. Ahem! Prepare yourself! Harnisch der Stetigkeit? You're well fond of picking things up, aren't you? Sure. Ah, I just remembered. Is your pack not over burdensome? Oh, you carry so much. I worry for your poor spot. This boulder looks mighty heavy. But you might just be able to believe it if you find our evidence. I'll put that into here. I cannot fault your balance. Plenty more where that came from. Well, sir. I shan't let that farm rule. Let my magics grant you an elemental boon. Take that! You're magic's the place. It must be recast. Ah. Okay. To think I'd be caught unawares. I am shamed. What fails to destroy us only enhances our chances against future adversaries. Uh oh. Huh. 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 Why? Okay, damit haben wir den auch platt gemacht. Oh, jetzt sind wir hier unten. Okay. Wir müssen uns nicht mehr bemerken, wenn das Bim nicht mehr verletzt. Hier, mit der Lichter auf der Seite. Ich kann nicht mehr so machen, dass ich dir nicht mehr verletzt habe. Ops. Oh. Oh. Lucky us. That's worth taking. Her passage. Here. Truly. There are secrets around every corner. I have a feeling tis best left untroubled. Am I the only one? Oh, my God. I am the only one. And. I am the only one. Ops. Okay, wieso ist hier ein Drache? Oh ne. Oh ne, oh ne, oh ne, oh ne. Oh ne, oh ne. Okay. Okay. Hahaha. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I say we collect as much as we can carry. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Nach wie vor macht es Spaß. Oh. 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 Haha Ah No harm shall come to you Are we leaving already? Brother I'm getting warmed up I got you lightning spangs That's why you are golden But we think we'll burn We can find us more And give it a push and see what happens Ooh I can't wait to find out what's inside If I might be so bold as to speak my mind The private quarters of one arisen I served Had many a visitor And rarely the same one I'll be sure to keep that in mind Okay, gucken wir erstmal hier unten Oh oh We'll be right back We'll be right back We'll be right back We'll be right back Hmm We'll be right back Okay, war nix. Jetzt wird doch hier hochklettern. You're well fond of picking things up, aren't you? Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 Nice We mustn't allow ourselves to become complacent Take each trial as it comes Materials such as this can be combined to craft things Different combinations of materials result in different creations Now there's a worthy prize If only it weren't so far away Let's go Here, strike with lightning inside Fire protection Fire страш, fire 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 Oh, ein Reisestein. Oh, ein Reisestein. Die Gloria. 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 Hi. Hi. Also wird's. Spannend. Oh, nice. Und wie viel Spaß. Was macht ihr das Spiel? Also, ich hab's? Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Oh, ich hab's. Das hier. Ich hab's. Ich hab's. Krass. Ich hab's. 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 Aber. 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 Ich hab's. 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 Was für ein NPC gibt es denn neu? Das Ladder kann uns zu neuen Heizungen führen. Vielleicht neue Erinnerungen werden uns überlegen. ...unless there's coal in there. I'm not interested. Seem to be the enemies in, aren't you? You cannot be too careful. I grant you lightnings, Fangs. Give it up. You know where to go. Let us see, what you're made of. Oh Gott, ich seh nix mehr. Geh doch. So. Das sieht hier echt cool aus. Oh. Fearing heat or freezing cold. Which is the greater hardship, I wonder? I shan't less confidence. Well done. Oh. Oh, 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 oh. Tis a foe worthy of caution. More to save our investment. Das war's. 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 Wow. Das war's. 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 Okay. Yeah. That's... That's... Yeah. Oh, yeah. 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 There you are. Yeah. 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 Cool. Yeah. Okay. Yeah. I feel as good. You can't go in yet. Eine Wundheilung. Okay. Yeah. 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 Okay. Okay. Yeah. 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 So, yeah. Okay. Yeah. 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 Okay. Yeah. 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 Nice. Yeah. 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 Okay. Yeah. 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 Okay. Okay. Yeah. Okay. Yeah. 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 Yeah.